Und in Leipzig ist Ralf Geißler aus der Wirtschaftsredaktion des MDR. Wie begründet Intel den Aufschub? Naja, der Hauptgrund sind tatsächlich die finanziellen Schwierigkeiten von Intel selbst. Der Konzern war ja mal der größte Chip-Hersteller der Welt, hat aber letztlich die Entwicklung hin zu künstlicher Intelligenz verschlafen, muss man sagen. Hat in den vergangenen beiden Quartalen hohe Milliardenverluste eingefahren, muss 15.000 Menschen entlassen und Intel-Chef Pat Gelsinger will 10 Milliarden Euro sparen. Und da war es eben recht einfach zu sagen, gut, wir können uns jetzt eben erst einmal diese Investition in Deutschland nicht leisten, wir stellen die zurück. Ist das jetzt wirklich nur ein Aufschub oder könnte das ganze Projekt in Magdeburg abgebrochen werden? Tja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Wir wissen natürlich nicht, wie es Intel in zwei Jahren gehen wird. Es gibt ein paar Argumente, die durchaus dafür sprechen, dass die Fabrik doch kommt. Magdeburg sollte eine Fabrik oder sollten zwei Fabriken werden, die wirklich die modernsten Chips von Intel herstellen. Es war also angedacht, dort sogenannte 14a-Chips zu produzieren, kleiner als zwei Nanometer groß. Das spricht dafür, dass man es vielleicht irgendwann doch noch macht. Was dagegen spricht, ist eben die Frage, wie wird es Intel in zwei Jahren gehen? Das weiß eben momentan keiner. Es ist ja so, dass man auch jetzt schon hätte sagen können, man baut Magdeburg trotzdem, verzichtet aber auf andere Investitionen, zum Beispiel in den USA. Da hat sich der Konzern aber nun entschieden, doch verstärkt auf das US-Geschäft zu setzen. Man hat dort Aufträge vom Militär bekommen, vom Pentagon, baut dort also momentan aus. Und ja, ob jetzt die Situation in zwei Jahren so ist, dass man mit diesen Aufträgen so viel Geld verdient hat, dass man sich Magdeburg, ich sag mal, leisten kann, das weiß heute wirklich sicher tatsächlich niemand. Magdeburg und das Land Sachsen-Anhalt setzen ja große Hoffnungen in Intel. Wie fallen die Reaktionen aus? Naja, zunächst einmal sind natürlich sehr viele Menschen hier sehr enttäuscht. Die Landesregierung hofft nach wie vor, dass dieses Werk noch kommt. Die Opposition, vor allem in Gestalt der AfD und der Linken, sagen, wir haben es ja schon immer gewusst, das war von vornherein eine Luftnummer. Und man hätte hier sozusagen gar nicht so viel Geld erst versprechen dürfen, nämlich 10 Milliarden Euro Förderung. Die sagen, man muss nun schauen, wie man weiterkommt, soll er kleinere, mittlere Unternehmen fördern und die Sache eigentlich ganz vergessen. Nun hat Deutschland ja nicht ohne Grund so hohe Fördersummen bewilligt. Man will ja unabhängig von chinesischen Produzenten werden. Deshalb fließt ja zum Beispiel auch viel staatliches Geld in ein Batteriezellenprojekt in Schleswig-Holstein. Aber auch dort ist der Investor aktuell in Schwierigkeiten. Hat man womöglich bei der ganzen Strategie auf die falschen Pferde gesetzt? Naja gut, die Gründe bei diesen beiden Geschichten sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Wenn es eine Gemeinsamkeit gibt, dann vielleicht die. Man versucht, Dinge, die Asien momentan sehr gut kann, nämlich Chips und Batteriezellen, nach Europa zu holen. Und stellt jetzt eben fest, das ist doch schwieriger, als man eben dachte. Intel war ja nur bereit, mit dieser 10 Milliarden Euro Förderung überhaupt nach Deutschland zu kommen. Nun muss man fairerweise sagen, in anderen Ländern bekommen sie für den Bau von Chipfabriken auch Geld. Aber selbst mit so viel Fördergeld ist es eben dann doch offensichtlich nicht so leicht, sich eine Industrie wieder aufzubauen, bei der asiatische Länder führend sind. Nichtsdestotrotz, einen vielleicht positiven Aspekt gibt es doch noch. Also es gibt ja in Ostdeutschland, insbesondere im Großraum Dresden, bereits mehrere Chipfabriken. Und dort wird auch gebaut, dort entsteht momentan das Werk von TSMC, dem größten Chiphersteller der Welt. Aber auch mit diesen Bauten wird man es natürlich nicht schaffen. Das möchte ja die EU-Kommission sehr gerne, bis 2030 20 Prozent der Chips in Europa selbst herzustellen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Also dafür bräuchte es schon auch noch Intel. Die schon erwähnten 10 Milliarden Euro, die der Bund in Magdeburg dazugeben wollte. Was passiert mit denen jetzt? Naja, die waren ja so halb reserviert im Haushalt. Und wie das immer so ist, wenn dann plötzlich es heißt, da wird Geld womöglich frei, dann streiten sich gleich wieder die Politiker darum, wer es jetzt bekommt. Also ganz konkret in der Ampelregierung, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagt, wenn wir das Geld jetzt nicht brauchen, dann würde ich das gerne investieren in andere grüne Projekte im Rahmen des Klimatransformationsfonds. Und wie immer Bundesfinanzminister Christian Lindner, der möchte mit dem Geld jetzt gerne Haushaltslöcher stopfen und sagt, wenn das frei wird, wir haben genug andere Baustellen, dann machen wir erst mal hier ein paar Haushaltslöcher zu. Also da gibt es jetzt schon Debatten sozusagen um das Fell des Bären, der ja noch gar nicht endgültig erlegt ist. Also vielleicht kommt der die Fabrik irgendwie in zwei Jahren doch noch. Danke, Ralf Geißler in Leipzig. Danke, Ralf Geißler in Leipzig.